Du weißt ihn wieder nicht. Jemand hat nämlich so einen richtig geilen Channel-Link. Auch da wird selbst ein Hacker zwei Wochen verbrauchen. Was hat der? Was hat der? Zwei Wochen, was? Um diesen Link rauszubekommen. Bei mir ist einfach dieses Ledueck slash live, ne? Also, und der hat wegen seinem Turtle Beach Headset, wird alles leiser, wenn er einen Stream-Man hat. Ach so, versteht der das jetzt nicht. Leichte Starten, das ist mein Lieberhandel. Ja, aber warum machst du das dann nicht, Lieberhandel? Das ist das Wetter, weil du hast keine Schwierigkeiten. Du hast ja immer auf dem Sack gehen kannst. Gott, hast du das gar nicht gemacht. Also. Ja, Mann, ich gucke zu! Episch! Biberman goes Platinum! Hast du echt so genannt? Hat er so genannt? Ich seh auch seinen Namen, Lieberman halt, ne? Und mit seinem Bild. Sein Bewerbungsstil. Ne, steht da nicht Marco Dengs. Ne, da steht Lieberman goes Platinum-Jungle Lane. Und steht Marco Dengs, League of Legends. Ja, genau. Marco Dengs, das wird er nämlich auch noch ändern. Ja. Ja, gerne machen. Äh, Alter, ich bin übrigens, ähm, ja. Ah, das ist richtig scheiße. Dein Hauptbildschirm, wo es Gate is still in progress, ist im Vordergrund. Und ich seh unten rechts nur die Minimap, so zum Teil. Und deine Haupt-Jungle Lane. Ach so, der Champ-Select ist über das Spiel gelegt, ne? Ja. Musst du, äh, in OBS musst du das ein runterziehen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was heißt以 stratif 말을 in Dezember zu finden? Ja? service. Ja, 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 ja. Kann alright. Ja, 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 ja da sind Leute in Venere und KRW Ja, 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 ja... Das ist gut, äh, ja, 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 ja. Na klar. Keinen Last-Hit gemacht! Seit wann spielt man überhaupt? Tut man nicht. Wie heißt der nochmal? Rumble? Ramos. Ramos, genau. Jungler war ein bisschen Attention. Ich schicke ihn. Ich schicke ihn mit einfach nur Bild. Ich muss kurz telefonieren, ich schaue euch aber weiter zu. Bis gleich! Ich gehe jetzt aus. Ich schicke ihn. Lass uns miteinander mit 떨chen. Zum Dritt. usch der fing pas zu gehen. Und demost, dass der Finger στη familia kam. Der Finger schieft. Vielen Dank. Ach, läuft das schlecht bei mir. Geil. Läuft schlecht bei mir. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 4 g k Klinik Du bist kacke, warum bist du gestorben? Wolfgang. Get up. Jeden. Jeden? Ja, ich vermisse momentan die Kamera, weil ich sehe gerne bei deinem Gesicht aus, wenn du dann stirbst oder du dich aufregst. Das ist immer besonders lustig, finde ich. Also, ne, Biber, Beispiel, Kamera, ist echt geil. Ah, der Biber hat eingestellt, dass seine Stimme nicht übertragen wird, man wird ein Licht, Thomas, auf seinem Stream. Ja, das ist leicht zu machen. Ach so, das ist so leicht, dass er das hinkriegt, oder was? Ich hoffe, er weiß nicht, wann er das eingestellt hat. Ja, aber wenn du nachher den Stream anguckst, dann hörst du quasi immer nur meine Antworten zu fragen, die du nicht mehr weißt. Perfekt. Geil. Das ist ein Trick, dass man uns auch nicht hören kann, das ist mein Respekt. Das ist ein Trick, dass man uns auch nicht hören kann, das ist mein Respekt. Das ist ein Trick, 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 das schlägt Vielen Dank. 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 Oh Gott. Oh, okay. Vielen Dank. Oh, okay. 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 Kommt da auch irgendwo. Oh, ich hab keinen Bock für euch zuzugucken, das ist echt scheiße, ey. Wo kann man hier einen Kommentar hinterlassen, dass man das zeigt, dass man den Subscribe9. Okay. 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 die die Kannst du in den Chat schreiben? In den Chat? Nein, bei YouTube? Ja. Nee, ich kann ja nichts kommentieren. Ach, der hat da auch rechts an der Seite so einen Chat. Nee, der ist nicht. Der hat das nicht eingestellt. Oh, der hat auch schon reingestellt. Wenn ich auf Chat klicke, ist dann rubschwarzer Fake. Ja, und unten kannst du... Achso, du bist nicht angemeldet. Dann kannst du wahrscheinlich nicht schreiben, ne? So, bei Google Chrome müsste ich angemeldet sein. Christopher Wolf, ich bin angemeldet. Kannst doch eine Nachricht geben, oder nicht? Aber ich verdient ihn nicht. Man kann ihn nicht sehen. Doch. Alter, ich hab ihm doch gestern eine geschrieben. Aber hier unter Chat steht es nicht. Was hat jetzt geschrieben? Ich bin jetzt mal so was. Okay. Boah, ich hab mich nicht gemacht. Nachricht nicht gesendet, Fehler, versuchen Sie es erneut. Ich muss das jetzt mal aufmachen und da was schreiben, oder was? Ja. Okay, okay. Nee, Fehler. Ich kann es nicht mehr. Vielleicht wird hier gerade alles geschlossen. Ah, siehste? Ich habe das geschrieben. Äh, hallo? Blöde, was geht da? Hallo, du. Warum kann ich nicht schreiben? Weil du denn bist. Ich komme, wie war, bleib dran. Ah! Ich kann nicht schreiben. Vielleicht hat er einen Filter, äh. Einen Namen. Nee. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen. Naja, wegen des Speaters. Boah. Das ist ja nicht der Eifer, oder? Ja, zu viel. Einfach nur halten. 30 Sekunden bis Flash. Das war mit dem Krieg. Wo war die Holle? Nein. Das war mit dem Krieg. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... 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 ...... ... ...... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020